Mein Name ist Klaus Vier. Ich bin Musikjournalist und besuche den Kölner Club Gebäude 9 seit vielen, vielen Jahren. Aus beruflichen, aber auch aus privaten Gründen. Ich fühle mich dort wohl in genau diesem Ambiente. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und halte Neugier für die klassische Triebfeder menschlichen Miteinanders schlechthin. Im Gebäude 9 erfahre ich viel. Ich kann auch viel reden, ich höre zu. Es gibt großartige Konzerte, bei denen ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Oft sind es keine perfekten, durchstrukturierten Produktionen. Wenn ich an das Gebäude 9 denke, denke ich an großartige Konzerte mit dem LCD Sound System. Ich denke auch an den ewig verschmitzt grinsenden Kellner Sepp, der mir in der Art eines Friseurs alles Wissenswerte über Köln erzählt. Bevor ich gehe, treffe ich Dutzende von Verabredungen, von denen ich oft weiß, dass nicht alle hinhauen werden. Aber immerhin, man hat darüber gesprochen. Mein Appell an die Entscheider kann nur lauten, nicht nur überdenken Sie, diese Maßnahme, das Gebäude 9 zu entfernen, sondern denken Sie schlichtweg um. Vielen Dank.